The Buddhas take me by my hand. Und Räucherstäbchen zur Verkaufsförderung in Shopping-Meilen, Wellness- und Wohlfühlprodukte. Buddhismus als Modeerscheinung, als Popkultur. Verklärter und verkitschter Buddhismus. Sinnentleert, kommerzialisiert und einfach ein riesiger Markt. Etwa 25 Milliarden Euro setzt der Esoterikmarkt in Deutschland um, pro Jahr. Ja, gut einzig und allein für eine eigennützige Beliebigkeit und Bequemlichkeit. Es gibt auf einmal Buddha-Lounges und die entsprechende Musik dazu. Es gibt völlig alberne, esoterische Formen von Buddhismus, die eigentlich nur der Sterblichkeitsverleugnung dienen, die einfach neue Produkte in diesem Esoterik-Supermarkt sind. Buddhismus ist schick, Buddhismus ist in, Buddhismus ist ein Hollywood-Phänomen. Es gibt natürlich Schickimicki-Buddhismus, dass man sich ein Buddha wie ein Gartenzwerg in den Garten stellt und dergleichen. Das ist meines Erachtens ein vorübergehendes Phänomen. Das kann man belächeln. Da werden auch Symbole verflacht, verkitscht, verramscht. Der Philosoph und Bewusstseinsforscher Thomas Metzinger, Universität Mainz und der Religionswissenschaftler Michael von Brück, bis vor kurzem Professor an der Universität München. Natürlich gibt es hierzulande auch den traditionellen Buddhismus, die Weisheitslehre, die Weltreligion. Repräsentiert durch hunderte asiatischer Tempel, buddhistischer Zentren und Freundeskreise. Hier meditieren Menschen, rezitieren Mantras in Pali oder Sanskrit, beschäftigen sich ernsthaft mit der Lehre des Buddhas, dem Dharma. Die meisten fühlen sich einer buddhistischen Tradition zugehörig. Viele glauben an buddhistische Wahrheiten, über Leben und Tod. Zum Beispiel an Karma, das Gesetz von Ursache und Wirkung, an Wiedergeburt und Nirwana. Die meisten Buddhisten orientieren sich so. Sie sagen, entweder werde ich jetzt Theravada oder ich gehe Mahayana oder ich gehe Zen, sagt Manfred Volkers. Buchautor und Mitglied im Rat der Deutschen Buddhistischen Union, dem Dachverband Deutscher Buddhisten. Zahl und Ziele, Vielfalt und Formen des traditionellen Buddhismus sind kaum überschaubar. Schätzungen reichen von 250.000 bis zu einer Million Buddhisten in Deutschland, ohne die asiatischen Buddhisten, die bei uns leben. Neben dem Esoterik-Buddhismus und dem traditionellen Buddhismus gibt es eine zeitgemäße, eine moderne buddhistische Neuausrichtung. Sie existiert in Amerika seit gut 20 Jahren und findet in den letzten Jahren hierzulande zunehmend Anhänger. Sie nennt sich Säkularer Buddhismus oder auch Buddhismus 2.0. Säkularer Buddhismus will dabei eine Dimension des Religiösen, das Ethische, nicht aufgeben, hält sie für essentiell. Seinen Vertretern geht es um einen authentischen, kritischen und aufgeklärten Buddhismus. Sie verstehen ihn als rational, mit den modernen Wissenschaften im Einklang. Vertreter des säkularen Buddhismus übersetzen Originaltexte neu. Sie extrahieren aus diesen Texten zeitgemäße ethische Werte, wie beispielsweise Empathie, Selbstverantwortung, Verbundenheit mit und Achtung vor allen Lebewesen, sowie soziale und ökologische Verantwortung. Auch der Dalai Lama hält diese religionsunabhängigen oder religionsübergreifenden globalen Werte heute für wichtiger als traditionelles Beten. Als Hauptvertreter des säkularen Buddhismus gilt bei uns der Schotte Stephen Batchelor. Ich mache einen Unterschied zwischen Buddhismus 1.0 und 2.0. Der Buddhismus 1.0 ist ein System, das auf den Glaubensvorstellungen des antiken Indiens beruht. Er hegt die Betrachtungsweise, dass die buddhistische Praxis dazu dient, aus dem Zyklus von Geburt und Tod befreit zu werden und ein endgültiges Nirwana zu erlangen. Buddhismus 2.0 ist für mich eine Art buddhistischer Praxis, die nicht auf den klassischen indischen Vorstellungen beruht, sondern die auf den Lehren des Buddha selbst beruht. Und dazu gehören für mich die Bedingtheit, die vier edlen Wahrheiten, die Praxis der Achtsamkeit und Selbstverantwortung. Die Praxis, auf solche Prinzipien zu gründen, befreit den Einzelnen beispielsweise von Begründungen wie Reinkarnation. Erklärt Stephen Batchelor, 66 Jahre alt. Er hat mehrere Bücher zum säkularen Buddhismus geschrieben, gilt als Quer- oder Weiterdenker. Seine Bücher handeln von der Arbeit mit dem eigenen Geist, der Arbeit mit den eigenen Emotionen, von Meditationstechniken. Viele Anhänger des säkularen Buddhismus sind Atheisten oder Agnostiker. Es gibt aber auch Christen darunter, die mithilfe buddhistischer Methoden, insbesondere der Meditation, ihre christlichen Werte festigen wollen. Es sind Menschen, die auf eine traditionell fundierte Lebensphilosophie nicht verzichten wollen, die ihnen Sinn und Halt gibt, wenn es hart kommt im Leben. Viele suchen eine ethische Richtschnur und einen Übungsweg, der menschliche Qualitäten stärkt, beispielsweise Liebe und Mitgefühl. Und der unser überwiegend auf intellektuelles, ausgerichtetes, kognitives Lernen um wichtige Fähigkeiten ergänzen kann, letztlich um Herzensqualitäten. Der Philosoph und Bewusstseinsforscher Thomas Metzinger ist sich sicher? Natürlich ist der Buddhismus ganz klar die philosophisch interessanteste Religion der fünf Großreligionen. Zu den Menschen, deren Leben diese Großreligion prägt, gehören Gisela und Willi. Sie, Protestantin, er, Katholik. Darin sehen sie keinen Widerspruch. Sie, 57, Sozialarbeiterin in der Familienhilfe und Tanzlehrerin, er, 61, selbstständiger Betriebswirt. Vor sieben Jahren haben sie sich kennengelernt, lieben gelernt, nach gescheiterten Beziehungen. Am Buddhismus hat mich immer fasziniert, dass es überhaupt keine Götter oder Bilder von Göttern gab, die es zu verehren galt, sondern dass es eher ein Weg war, der aufgezeigt wurde. Und Anleitungen gab, wie man diesen Weg zu Erkenntnissen beschreiten kann. Also eher eine Lehre als eine Religion. Mich hat dieses sehr bodenständige, ganz pragmatische für den Alltag sehr angesprochen. So als Handwerkszeug im Umgang von Mitgefühl, Mitmenschlichkeit. Und nicht der liebe Gott sitzt im Himmel und sieht alles, sondern in dem Sinne von das Göttliche ist in jedem Menschen. Es geht nicht um was Abgehobenes, sondern es geht um eine Bewusstseinsentwicklung in mir. Das Handwerkszeug ist diese Achtsamkeit, Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Augenblick. Das Wahrnehmen und das Loslassen von Gewohnheitsmustern zu erleben, dass das Muster sind, dass ich sie erkenne als einen Teil von mir und dass ich ein Bewusstsein habe, eine Freiheit habe, meine Muster wieder neu zu definieren. Erleben, dass ich ein Bewusstsein, eine Freiheit habe. Das gehört zu den wichtigsten Erkenntnissen im säkularen Buddhismus. Der Philosoph Thomas Metzinger aus Mainz. Aber das eigentlich Interessante ist diese ausgefeilte und eben auch über Jahrhunderte von Hunderttausenden von Praktizierenden empirisch ausgetestete Praxis, die nicht so stark gebunden ist an metaphysische Glaubenssysteme oder Hintergrundannahmen, die wir nicht mitvollziehen können in der modernen westlichen Gesellschaft. Das heißt, die Praxis ist etwas, von der wir alle profitieren können. Jeder Mensch könnte profitieren, zumindest wenn er die vier edlen Wahrheiten kennt, die bekanntesten buddhistischen Prinzipien. Diese kann man so zusammenfassen. Erstens. Das Leben ist letztlich leidvoll. Zweitens. Das Leiden hat Ursachen, wie Gier, Hass und Verblendung. Drittens. Erlöschen die Ursachen, erlischt das Leiden. Viertens. Es gibt einen Weg zum Erlöschen des Leids. Stephen Batchelor charakterisiert die vier edlen Wahrheiten nicht als starre Glaubenssätze, sondern als Empfehlungen. Die erste Handlungsempfehlung bedeutet, das Leiden des Lebens anzunehmen. Die zweite, das persönliche Anhaften, die Gier und die Selbstsucht angesichts des Leidens aufzugeben. Die dritte bedeutet, Meditation, Stille und geistige Offenheit zu kultivieren, um uns von dem instinkthaften Denken und Handeln zu befreien. Dies führt zur vierten Aufgabe. Diese Fähigkeiten als eine Art Lebenskunst in unserem alltäglichen Leben zu verwirklichen. Doch wie kann man diese buddhistische Lebenskunst verwirklichen, sie in unser hektisches, schnelllebiges Leben integrieren? Wie kann man sein Bewusstsein erkennen, schulen? Das sei nur mit konsequentem Üben möglich. Kein schneller Weg, sagt Ulrich Schnabel. Er meditiert seit Jahren und ist Wissenschaftsredakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit. Viele Menschen würden sich gerne den Buddhismus wie so eine App auf ihr Betriebssystem laden. Und dabei geht es aber ja darum, das Betriebssystem selbst zu hinterfragen und zu durchleuchten und vielleicht auch anders damit umzugehen. Und es ist natürlich eine anspruchsvolle Aufgabe, die sie auch nicht mal so schnell im Wochenendseminar lernen, sondern das ist eigentlich eine lebenslange Aufgabe. Gisela und Willi üben geduldig seit Jahren. Sie stehen morgens eine halbe Stunde früher auf, um gemeinsam zu meditieren, den Tag in Ruhe und Gelassenheit zu beginnen. Willi beschreibt seine durch den modernen Buddhismus angeregten Auseinandersetzungen so. Ich habe mich besonders mit der menschlichen Habgier auseinandergesetzt. Und da wurde mir sehr schnell klar, dass die treibende Kraft des Kapitalismus die Habgier des Menschen ist. Und im Buddhismus wird dies auch als eines der Gründe genannt, warum wir Menschen leiden oder ein Hauptgrund dafür, dass so viel Leiden entstehen kann. Meditieren, um zu innerer Ruhe zu finden, innere Freiheit zu entwickeln, beispielsweise von Massenmedien und Massenkonsum. Laoze hat einmal gesagt, Wer innehält, erhält Innenhalt. Hier sei Einsichtsmeditation, eine hilfreiche Meditationstechnik, sagt der Buddhismuslehrer Manfred Volkers. Die besteht aus zwei Schritten in der Kurzfassung. Samatha heißt anhalten und Vipassana heißt genau hinschauen. Und dieses genau hinschauen heißt auch analysieren, erkennen, durchdringen, verstehen wollen, erforschen, nachprüfen. Immer nachfragen, warum mache ich das? Ich will es auch verstehen. Ich will mein Handeln, ich will meine Motive verstehen. Und ich möchte eben halt auch einigermaßen wissen, wo es darauf hinausläuft und was es für mich und meine Mitmenschen an Erneuerung und an Verwirklichung bringen kann. Also, was ist meine Absicht? Was tue ich? Was verursache ich damit? Was wird die Folge meines Handelns sein? Ganz konkret geht es dabei um das Prinzip von Ursache und Wirkung, und zwar im Hier und Jetzt. Es ist das, was Buddhisten Karma nennen, was sich traditionell ausgelegt, jedoch aufs Jenseits bezieht. Im Diesseits, also jetzt, geht es oft darum, Leidenschaften und Gier loszulassen. Störende Gefühle, egoistische Einstellungen. So, wie der Buddha das vor 2500 Jahren gelehrt hat. Heute vielleicht so. Ich wollte unbedingt mal einen schönen Oldtimer fahren und habe mir diesen Wunsch auch dann erfüllt. Und irgendwann mal dann auch über den Auseinandersetzungen mit dem Buddhismus gemerkt, dass diese Erfüllung von diesem Wunsch nur eine sehr kurzfristige Freude gibt. Und das auch eine Freude ist, die bei weitem nicht damit zu vergleichen ist, wie die Freude, die man aus menschlichen Beziehungen oder aus dem Lächeln eines Kindes erfahren kann. Und erst durch die Auseinandersetzung mit dem Buddhismus und mit dem Fallenlassen oder Loslassen von Wünschen, hat mir dann tatsächlich geholfen, irgendwann mal zu sagen, dass ich mich von diesem materiellen Wunsch oder von dieser Leidenschaft auch ganz leicht trennen kann. Dass Meditation wirkt, behaupten nicht nur die alten buddhistischen Weisheiten. Auch moderne Forschung kommt zu diesem Schluss. Denn, wenn auch anders als Buddha vor 2500 Jahren, sagt die Hirnforscherin Tanja Singer in einem Interview in Dreisat, ja, man könne durch regelmäßige mehrmonatige Achtsamkeitstrainings und Meditation erkennbare Veränderungen im Gehirn erreichen. Das zeigten ihre Forschungen ganz deutlich. Dieses differenzierte Bild von einem Menschen, der verschiedene Motive hat, und die können sozusagen sowohl kontextuell aktiviert werden oder über mentales Training intern trainiert und verändert werden. Das heißt, ich kann selbst mich in die Hand nehmen und mich von einem Egoisten zu einem mehr altruistischen Menschen machen. Das funktioniert ohne Religion, aber nicht ohne Ethik. Denn ohne sie können Achtsamkeitstrainings und Meditationen leicht missbraucht werden. So wie man ein Messer zum Schneiden eines Apfels benutzen kann oder zum Töten eines Menschen, können Achtsamkeit und Meditation ebenfalls kontextabhängig genutzt werden. Zur Leistungssteigerung beispielsweise. Der Dalai Lama sagte dazu vor kurzem, Nach meiner Überzeugung können Menschen zwar ohne Religion auskommen, aber nicht ohne innere Werte, nicht ohne Ethik. Und genauso werden wir zwar ohne Religion geboren, aber nicht ohne das Grundbedürfnis nach Mitgefühl. Unabhängig davon, ob wir einer Religion angehören oder nicht, haben wir alle eine elementare und menschliche ethische Urquelle in uns. Die Ethik, nicht die Religion, ist in der menschlichen Natur verankert. Und so können wir auch daran arbeiten, die Schöpfung zu bewahren. Das ist praktizierte Religion und praktizierte Ethik. Ethik ohne Religion, das ist nicht neu. Das ist der Kern der philosophischen Ethik, die den Verweis auf Gott oder die Natur als Begründung nicht akzeptiert. Neu ist, dass ein Religionsführer eine solche Ethik fordert. Manfred Volkers, der seit Jahrzehnten meditiert, erklärt, wie bei ihm diese praktizierte Ethik wirkt. Das klappt auch ohne Räucherstäbchen und Rituale, ohne Mystik und Mantras, notfalls sogar an der Supermarktkasse. Wenn ich überlege, was die Praxis bei mir bewirkt hat, dann kann ich über lange Zeiträume klar sagen, mein Fleischkonsum ist fast auf null gesunken, mein Alkoholkonsum ist fast auf null gesunken, Zigaretten und so weiter ist überhaupt gar kein Thema mehr. Vor allen Dingen aber auch konsummäßig bin ich nicht mehr relevant für diese Wirtschaft. Wobei es natürlich hier Ausnahmen gibt, was so die Computer und so weiter angeht, bin ich nun nicht hinter dem Mond. Auch Thomas Metzinger reflektiert im Kontext von Meditation über die im Buddhismus Geistesgift genannte Gier. Wir entdecken jetzt im Moment gerade, dass unsere durch Gier und Maßlosigkeit angetriebenen Finanzsysteme hochgradig instabil sind. Und es ist ein klassisches Thema, über das buddhistische Philosophen viel gesagt haben. Aber die jungen Männer in den Computertürmen in Frankfurt, London und Berlin, die interessiert das einfach nicht. Dass der säkulare Buddhismus Menschen wachrütteln könne, Bewusstsein für das wirklich Wichtige im Leben wecken oder stärken könne, davon ist Stephen Batchelor überzeugt. Man braucht nicht dauernd Wünsche zu haben und versuchen, noch höhere Ebenen der materiellen Befriedigung zu erlangen, die uns am Ende nicht wirklich Glück und Wohlbefinden verschaffen. So hoffe ich, dass die augenblickliche Krise die Menschen zum Nachdenken darüber führt, was in ihrem Leben wirklich zählt und worauf es ankommt. Aber weder der Buddhismus noch irgendeine andere Tradition werden eine einfache Antwort darauf finden, was den globalen Kapitalismus ersetzen könnte. Sie haben eine einfache Antwort auf was kann, was die globalen Kapitalismus verwendet werden kann. Untertitelung des ZDF, 2020